Aber die Fügungen des Schicksals sind eigenartig. Sie wissen schon, was ich damit meine. Und so kommt dieser Mann heute zu mir, Mackie Wessel, als Freund zum Freunde. Da könnte was lernen. Mackie, kannst du dich erinnern, wie wir, du als Soldat, ich als Soldat, bei der Armee in Indien gedient haben? Ja, lieber Jackie, erst mal an Zeiten. Musik John war da runter und Jim war dabei, und George ist der Jean geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei, und marschierte hinauf nach den Armen. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kapp bis zum Spear. Wenn es mal regnete und es begegnete in eine neue Rasse, in eine braune und blasse, dann machen Sie die Leiter raus, die Piste, da, da. Johnny war da, der Whisky zu warm und Jimmy hatte nicht genug Becken. Aber Georgi nahm bei der Bank an und sagte, die Armee kann es verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kapp bis zum Spear. Denn es mal regnete und es begegnete in eine neue Rasse, eine braune oder das, dann machen Sie die Leiter raus, ihr Biersteig, da, da. John ist gestorben, Jimmy ist tot und Georgi ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot, Julian, ich bin jetzt wiedergewarben. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kapp bis Kutsch behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete in eine neue Rasse, braune oder blasse, dann machen Sie die Leiter raus, ihr Biersteig, da, da. Der ärmste Mann Londons, der reiche Mäckimesser.